zwei charaktere bleiben noch übrig lade screen ist manchmal lang naja namie und zoro ok dann machen wir mal namie wir haben uns ja nicht mehr ein fiel übrig dann wird uns so weit und auch geschafft haben wir schneller geschafft als ich gedacht habe ich dachte ich bräuchte manchmal bisschen länger aber zum glücklich was ist bei ihr wohl am besten das ist doof das ist auch doof ok das bringt natürlich auch nichts nein come on ich glaube bei jetzt würde ich einfach nur die normale attacke ganz gut das gefällt mir nicht wieso hast du kein die attacke diesen ein unlimited adventure hatte mit dem schütteln das wollte ich eigentlich nicht aber ok so so der blies name ist schwach ein bisschen wafer das hier erstmal umdrehen bitte umdrehen und jetzt noch mal umdrehen so endlich aber ein treffer unterbricht natürlich deswegen ist es nicht sonderlich gut machen wir das hier sehr nice aber das tut nur gegner parallelieren deswegen bringt das auch recht wenig meine nase juckt nicht jetzt nase beim bang! das ist es kampf dieses thee soll ich wieder ausweichen? das ist die stärkste kombo, die ich so raus sehe das hier hankommen thander wall und nash damit nein nein Oh nein Das läuft gerade nicht gut mit Nami Muss mal so zu sagen Bam 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 Um auszuweichen, aber nur So, Thunderball Oh je Komm Yeah Bam, bam, bam Gut, ihr meint einen erwischt Ich dachte schon, ich erwische hier niemand Please die Thank you Bam, bam So, das haben wir auch Oh Mann, das könnte eine lange Episode werden Kommt er wahrscheinlich in die nächste Episode rein Dum, dum, dum Gott sei Dank Du noch Was machen wir bei dir? Machen wir das hier So Kannst du dir beraten Einmal Nochmal Sprung Oh je Bam Bam So Er hat niemand kaputt gegangen Du Gibst mir noch SP, HP, wie auch immer Äh, dann macht man das noch Heatball Blub, 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 blub Yeah Nice Da, da, da Was? Cloudy Tempo Hm, bin mir echt nicht mehr sicher, wie die Tacke hieß Äh, irgendwas mit Tempo auf jeden Fall, glaube ich Tup, tup, tup So 130 Oh je Mach ich mal das hier Au Komm alle her, bitte Äh Bringt das, I feel I don't really know Scheint auch wieder nur zu paralysieren Paralisieren Au Oh je Nami Du machst gerade keinen guten Äh, Eindruck Nein Bäm So Jetzt kommt die nächste Gruppe Ich glaube, ein Sprinter ist wirklich am stärksten So Bam Bam Ja, sieht echt so aus Bam Bam Ups, das wollte ich nicht No Kommt alle her, kommt alle her Bam Bam Und Shipp Und Shipp No Er kriegt mich nicht Ey Ich sagte, er kriegt mich nicht Au Nein Jetzt sagt er, dass du das benutzen soll, Shnami Ich meine, irgendwie habe ich wohl die Kommentation dafür eingegeben, aber Wer erlaubt dir das? Ah, come on Ich bereite mir Ich halte dir auf jeden Fall noch das hier auf Ach, damit Oh no So Bam Bam Damit ich zumindest eine noch kriege Nein Nicht mal eine Okay Very disappointed in this attack Bam 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 Einmal kurz schütteln Nehmen wir das hier Ich kann auch Elektrizität erzeugen Nicht nur ihr Aber wenn ihr deutlich mehr Damage macht als ich gerade Bam Bam Yay Bisschen Healing zumindest wieder bekommen Und wir auch noch Wuhu Ich glaube in der nächsten Welle werde ich sterben Oh je Oh je Äh äh Fertig machen Fertig machen Eigentlich Bam Nur einen erwischt So Und hier mal kurz einen Sip Thunderbolt Tempo Der beinahe nichts bringt No Ihr kriegt mich nicht Nein Ich hab doch getroffen Aha Bam Das hier noch Okay Ihr seid noch da Machen wir das hier mal kurz Au Oh je Okay Das dürfte es dann gewesen sein Ja Unseren ersten Los mit Nami Oh je Oh je Oh je Oh je Bam 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 Aber ich lass das drin Auch wenn das Bisschen peinlich ist Aber hey So spielt halt nun mal das Leben Right Ähm Ich würde sagen Machen wir noch Zorro Der dürfte einfacher gehen Und dann schauen wir mal Was wir mit Nami machen Das macht keinen Spaß mit ihr Das Ding hier Vielleicht mach ich das später Wenn die anderen Charaktere noch freigespielt sind Durch den Äh Dings Mod So Ähm Das hier Das reicht nicht Okay Bam Und Bam Au Die haben das ganz gut drauf Hier mit dem Genau dann angreifen Wenn ich an denen vorbeilaufe Das ist aber nicht gut Ah ah Kriegt mich nicht Bam Die hat die kaputt Ich kann natürlich hier Endlos-Kombo Ganz gut machen Ja Ich weiß das Ich bin natürlich die Frage Ob ich es auch machen möchte Bam So Ey Der gibt mir gar nichts What the fuck Wieso geben die nichts Hi Au Was soll das Also stimmt Ist doch war da die Besonderheit Dass ihm Gegner mit Schwertern Eigentlich Ebenfalls die Kugeln geben Bam Bam Nice Zumindest so lang wie Ah Angehalten hat Yay Bam Bam Und Bam Bam Und Schub No So Und wir beide Auch noch Na Okay Beide auf einmal kaputt gegangen Nice Dann machen wir hier mal kurz ein Spam Das dürfte Sollte eigentlich Wie auch immer Ach hat es aber nicht Egal Sup Ey So Du gehst kaputt Du gehst kaputt Das muss auch reichen Ja Reicht aus Und Schub No Um ihn auszuweichen Haha Oh Je Ihr seid Immer ein Pain in die Ass Egal mit welchem Charakter Ab Ab Und Schub Das haben wir Die einzigen Gegner glaube ich Die in der Luft kaputt gehen können Schub Was es halt wären Die eigentlich noch gar nicht hingefallen sind Das ist ganz witzig Finde ich Schub Wow Ich habe sogar Die schon getroffen glaube ich Nice Und Schub Hier auch nochmal Beim Bei Unlimited 2 hat man hier glaube ich Auch eine ganz geile Ähm Triple A Attacke Mit Zorro Ich mich richtig erinnere Ey Und du auch noch Haha Ach das sind noch ein paar Bam bam Und Schub Reicht das? Ja Reicht Nice Ah No No Endless Combo For the win Bam bam Und Bam 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 Und Schub Ah Doof Ey No No chance My dear You can't bring me down Bam 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 Okay Kann nicht mehr ein was ich sagen soll Das ist Ja Zuweilen wurde es echt Weiß nicht ob das so gut ist Für den Let's Play Ich weiß Das wollte es halt zeigen Aber ich werde es nicht nochmal mit Nami zum Beispiel spielen Erstmal Außer euch das Ergebnis zu zeigen Weil Ich kann mir vorstellen Dass es einige von euch gibt Die es nicht so spannend finden Hier zuzuschauen Bam 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 Anderen dürfte es natürlich auch wieder gefallen Aber Ja Ich selber Finde es jetzt auch nicht so spannend Meistens Entweder der Charakter ist gut Und Spielt sich recht flüssig Wie hier gerade Oder Schlecht Wie Nami Naja Vielleicht mache ich irgendwas falsch bei Nami Aber Schub Zwei gut können sie auf jeden Fall nicht sein Bam Das hier Das haben wir auch Nein Why Idiot Und du Auch noch Bam Das ist auch geschafft Yay Schub Und Schub Und Hier noch Alles relativ starke Attacken von Zorro Deswegen No problem Der Aber die passive wirken offenbar bei Zorro jetzt nicht unbedingt So Und wir hier nochmal einmal das hier Bam Neun Acht Nein Äh äh Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Äh Was bin dein Zorro Hallo Hör auf damit So Haben wir es auch mit ihm geschafft Yay Dapp 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 Sehr schön Und Nami Das Ergebnis wird irgendwann noch nachgereicht Wie viel Welche Zeit ich mit Nami schaffe Aber Ja Ich würde sagen Das war es dann auch schon für diese Aufnahmesession Haben alle geschafft Bis auf Nami Und die zwei Die ich noch nicht freigespielt habe Ich würde sagen Falls es euch gefallen hat Liken Falls es euch sehr gefallen hat Abonnieren Dann hat es natürlich viel Spaß Mit meinen anderen Space Ciao Leute